Die Fight Week von UFC 300 schreitet voran und jetzt hat der UFC Store die neuen Shorts rausgebracht. So bekommen einige Fighter von UFC 300 ganz eigene, ganz persönliche Shorts. Das ist Alex Pereira, Weili Zhang, Justin Gaethje und Max Holloway. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass Charles Oliveira nichts bekommt oder auch die Gegner von den Champions nicht. Auf der anderen Seite bekommen Holloway und Gaethje, wobei Gaethje nur und selbst der halt ein Champion ist, aber der ist halt auch nur so ein Gimmick-Champion. Ja, so ein hier hat für den echten Titel nicht gereicht Champion. No Front, aber dafür ist halt der BMF erschaffen worden überhaupt, ja, dürfen wir nicht vergessen. Aber wie genial sind denn bitte diese neuen Shorts und ich hoffe, dass die UFC da dran bleibt und ich hoffe, dass das keine einmalige Sache für UFC 300 ist. Na, wenn ich mir diese Hawaii-Shorts von Max Holloway angucke oder diese indigenen, brasilianischen Shorts von Alex Pereira. Alter Schwede. Ich muss zugeben, die von Gaethje, die sind halt so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen America. Die sind schon eher die langweiligeren, aber wenn ich sehe, wie geil diese Shorts von Pereira sind und Holloway, dann kann ich ja nur hoffen, dass die UFC dran bleibt und für Pay-Per-Views, für coole Main-Events genau sowas behält. Wenn ich jetzt an Steve Erzak denke, das Main-Event von UFC 301, dann denke ich mir nicht unbedingt, dass Steve Erzak hier die fettesten neuen Shorts braucht. Aber wenn ich an Dustin Poirier denke und der kriegt auf einmal neue Shorts bei seinem Titelfight gegen Islamahachev mit, ich weiß nicht, Diamanten drauf, Ezra, The Diamond und ein bisschen von seiner Hot Sauce. Mann, wäre das geil. Ohne Mist, Leute. Vor der Fight Week war die Euphorie für UFC 300 so ein bisschen, geht so. Ja, geht halt so, ne? Und je mehr ich sehe von der UFC, je mehr ich sehe von UFC 300, desto mehr lasse ich mich davon auch mitreißen, weil ich wahnsinnig Bock habe auf 300. Und jetzt kriegen wir einen bunten Käfig, wir bekommen neue Handschuhe und einige Fighter bekommen eigene Shorts. Wie geil ist das denn? UFC 300 wird wirklich immer besser. Ich bin aber auf eure Meinung gespannt. Was meint ihr? Unnötiges Gimmick. Sagt ihr, juckt doch keinen oder sagt ihr euch, wow, wirklich geil für ein Event. Schreibt es mir unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und damit bis zum nächsten Mal.